Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Tech It Light Und noch eben die Musik an Okay, wir waren hier ja in diesem Dungeon, haben letztes nochmal richtig auf den Sack bekommen Wir wollten eigentlich ein bisschen mine gehen, aber Wir sind dann halt irgendwie hier gelandet Verfackeln Gott, ich muss das immer ein bisschen Auf 50% Ich hab auch mit Fackeln jetzt scheiße wenig gesehen Und hab ich was zu essen gehabt Fixieren es 4 oder 5, keine Ahnung Ne, wir gehen erstmal ganz normal raus, wenn ich einen Ausweg finde, ne Oh, ich wär schon wieder die Spinnen Aber ich hab irgendwie echt keinen Bock noch zu verrecken Und baue jetzt halt auch nichts mehr deswegen ab Nicht einfach nur hier raus Warte mal was hier Okay Das war jetzt sehr toll Oh ja, das ist eine Kiste Krass, und einmal was zu essen Paprika fehlt noch in Minecraft Das wär cool Und zwar kann man ja irgendwie auch Energie mit einem Generator herstellen Oder Generator Das werde ich dann mal probieren Also ich probier das, ich kann das nicht, ich probier das Oh mein Gott, Alter Oh mein Gott, Alter Uh, uh Ne, dort ist hin Noch ein Appel Den Appel hätte ich... Nein, Appel hätte ich trotzdem gerne hier, tschüss Warte mal, ich muss irgendwo hin Wo kein Licht ist Wenn ich mich da einfach dran orientiere Ja gut, dann darf ich halt nochmal kurz gucken, wo die Pfeile Äh Ja, hab ich mich auch schon gelootet, oder? Ne Ein Bronzeschwert Ist natürlich auch cool, ne? Das Gunpowder Haben wir dort vorne noch eine Bibliothek, kennen das? Mal wie blöd der ist Ja, oh Gott, jetzt hätte ich ein bisschen keuchhusten Ähm Auch hier nehmen wir die Fäden mit Und zwar für den Rucksack hier, weil der ist ja echt geil Genau ein Stack brauchen wir dafür Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, keine Ahnung Auf jeden Fall müssen wir uns irgendwie... Ich guck hier Page Okay Ja, was man damit machen kann Das hab ich auch noch überhaupt nicht kapiert, was das sein soll Diese Seiten halt, also Nur wirklich so was so ein bisschen mit Energie Angeht Das ist so das einzige Was mir jetzt so liegt, ne? Und das wird leider kein Stack, oder? Ist irgendwo noch was? Ja, hier Ich geb mal, es wird doch noch irgendwie zusammengeschissen Na, 60, das könnte noch was werden Aber warte mal Da brauch ich doch, für die Dinger brauch ich noch so'n Stick Ja, okay, daran sollte er jetzt nicht scheitern Aber ich möchte sowieso nicht mehr, gut, ich möchte eigentlich ganz schnell hier raus Das ist ja noch irgendwo, sei da Ja, dort ist noch eine, die geh ich noch schnell holen Und drei Fäden werden wir irgendwie entweder noch haben, oder Auch finden, denke ich mal, daran sollte es auf jeden Fall nicht scheitern Woran es jetzt scheitern könnte, ist, dass ich hier nicht rauskomme Warte mal, wenn wir jetzt hier nach rechts machen, wo war das hier? Ne Ach, das kann nicht wahr sein Gut, ist ja mal im letzten Wort so elendig verreckt, das war echt ärgerlich Das war jetzt ne sinnvolle Treppe Warte mal, hier geht's raus, hier geht's raus Mal schnell sortieren Krass, ey, was wärs jetzt alles Gutes? Ne, doll Doll Ne, ich mein, lol Hier geht's ja wirklich nicht raus, oder? Doch, da Es gibt ja so'ne Meisteraktion Gravel Oder Gravel Das verschwindet ja einfach Warte mal, hier muss ich raus, ne? So, bumm Ich hasse das, solche Kacktenplöcke Eigentlich sind die Meisteraktion, deswegen tschüss Warte mal, die Kohle muss ich noch mitnehmen So Na gut Rohstoffe haben wir jetzt nicht wirklich Seh ich hier so grade Aber ich möchte wirklich erstmal raus und gucken Ob wir schon so'n Generator machen könnten Wenn nicht, denn nicht, ne? Und überhaupt rauskommt, man weiß es nicht Haben wir jetzt ein Bett, ist die Frage Warte mal, wohin jetzt? Dort ist es Home Also der Homepunkt zumindest Okay, jetzt hab ich schon ein bisschen Platz Aber scheiß drauf, ich möchte jetzt Ganz schnell zu meiner Schloch Ey, du Chess Bisschen XP mitgenommen Da ist ne Spinne Der hau ich mal Das sind zwei, ne? Nice, man, nice Aua 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 Ich hab hier auf die Zauber gar keine Rüstung Boah Mann Ein Stack genau Okay Aber ich Weiß ich, hatte ich ein Bett? Ja, ne? Dann werden sie gleich sehen Okay, jetzt spawnen definitiv mehr Mobs Gut Das Quatschschwert hat jetzt sehr lange gehalten Das liegt halt auch daran Chess Ne, lol Hä, wie tief Hau rein Was war doch so klar, dass die Schweine überle- Wo ist mein Apfel? Warte mal, ich muss mal ganz schnell den hier machen Das Eisen hab ich geschmolzen Kopfer So Damit er das Da kriegt Schweinfleisch Och, da ist wieder so ein Gumbaskelett, ey Das kann nie wahr sein Tschüss, Mann Muss mal ganz schnell gucken Warte mal, erst mal mal den Backpack Hier Das geht ja noch nicht Ich werd nämlich grad so ziehen Aber nichts ist so Ach, meine Fresse Warte mal Okay Brauch ich jetzt nicht Kann man aber halt irgendwie auch was mitmachen So, und jetzt hier so an und ne? Good job Okay Mal ganz schön niesen Okay So So, den Backpack hat man jetzt schon mal Ist natürlich schon mal nice von Anfang Channel Ja genau Boomerang kann man sich auch machen Ja genau, Boomerang kann man sich auch machen Ähm Ich mach jetzt einfach mal die Methode hier mit dem Maschinenblock Okay, hier hat man schon mal Fleisch Da müsste ich jetzt natürlich noch Eisen schmelzen Also, ein Maschinenblock krieg ich schon alleine geschissen Also, da weiß ich auch wie der funktioniert Ach, das ist doch echt Ähm Guck mal, ob ich da noch reintun Das wird natürlich alles noch geschmolzen, aber Jetzt brauchen wir's ja nicht Okay, das Ding jetzt Oh Gott, hab ich... Ich glaub ich hab keinen Witz zu tun, oder? Doch, sieben Stück Okay Ähm 10 Kopf... Ah ja, gut Kopfverkabel Das ist natürlich jetzt schön, dass wir schon ein bisschen hiervon was haben Mal kurz, wie ging das jetzt so? Ähm Ach, das kann nicht mal sein Was ist denn das jetzt? Was ist das? Ach so, lol, das sieht ja so Hm, okay Alter, meine Maus, die ist grad so empfindlich Aaaaaaah Aha, nee Was denn? Oder warte mal Ach so, umgedreht Oh Gott Hab ich auch zu viel Sachen? Ja, ne? Äh Nee Okay Und dann muss ich... Dann muss ich... Warte mal, ich hab erstmal... Äh... Hier... Das... Also erstmal den... War ein bisschen dummer Knoten drin, deswegen ist meine Maus immer so zur Seite gegangen Dann kann man... Wir machen ja erstmal eins und zwar Ein bisschen Holz aus der Truhe holen